Mein Name ist Dr. Sebastian Meyer-Stock. Ich bin Geschäftsführer der Sächsischen Dampfstifffahrt. Für uns als Traditionsunternehmen bedeutet Qualität ein Versprechen gegenüber unseren Kunden, gegenüber unseren Fahrgästen, dass wir immer wieder erneuern müssen, immer wieder auch kritisch überprüfen müssen. Und ich bin ein Freund davon, Qualität auch mit System zu leben.